Ja? Nein, Mama? Okay, tschüss. Ob meine Noten denn schon da wären? Nun, so wie ich gelernt habe, muss es ja gut gelaufen sein. Ich müsste anfangen, meine Zukunft zu planen, meint sie. Aber warum? Schlussendlich ist mein Schicksal doch bloß Zufall. Wenn es der Zufall so will, werde ich irgendwann Autorin. Oder Musikerin und zwar auch außerhalb meines Dachbodens. Das ist ja auch egal.